Die in... Ist so Halbzeit, oder? Ne, die in der Riegel, ja klar, die sind abgelaufen, am... aber am... Was sind die abgelaufen, Leute? Am 3.11., gell? Ja, am 3.11. Woah! Und die Duplos laufen am 17.12. aus. Aber Lara meint ja, Schokolade läuft nicht so ab, von daher... Soll ich denn wissen, dass er da drüben ist, der Ander? Was für ein Schmarrn hier... Können wir durchs... Ne, warte, wie geht das mit dem... Ne, warte, geht doch hier... Jawoll! Wir verlieren! Ich muss nur übernachten, wie ich hier mit dem Sliden macht das. So, jawoll, so geht das. Woah, was ist das, was ist das? Ja, zwei von vorne, weißt, und dann noch einer von hinten. So ein, woher komm ich den PS4 am günstigsten, weiß einer das? Äh... Schon neu, oder meinst du? Gibt's keine Angebote, so, jetzt dann zu Weihnachten, oder so, im Mediamarkt, oder sowas? Das kostet ja nicht so normal jetzt bei Amazon. Der Feind nimmt Alpha ein, der Feind hat B. Wir verlieren A. Wir verbündeter Goniath online. Wir haben A verloren. C gesichert. Amazon. Wir verlieren C. Wir haben C verloren. Der Feind hat Alpha. Ich seh nix, fuck. C gesichert. Unsere Drohne ist online. Halbzeit. Alles leer. Lade nach. Ach so, zwei neue Follows. Merci euch für euer Follower. Habt Spaß, genießt die chaotische Show. Liebe Wüste aus München schick ich euch. Hab ich jetzt hier. Verpennt hier. Alles außer ohne. Warten auf Spieler. Herrschaft. Herrschaft. Ja, ist ja klar, dass ich das nicht, dass ich das nicht schaff. Mensch, so wieder gestorben. Wir haben A verloren. Wir haben A verloren. Wir haben A verloren. A wird gesichert. Wieso sagt der Zahn, dass wir A verloren haben? C wird gesichert. Oh nein, verdammt. So, rakiert den Schlag vorbei. Kann ich wieder raus? Wow, wo drück ich dir hauen? Hauen, hauen, hauen. Achso, hier draufdrücken. Zu Weihnachten wird doch meistens so alt. Nö, sind meistens mehr Angebote. Bei Konsolen und PC-Sachen. Verwendete Angriffsdrohne im Einsatz. Ist eigentlich meistens irgendwie ein Angebot da. Meistens Konsolen mit dem Spiel oder sowas. Der Feind hat Bravo. Oder bei Amazon sogar zwei Spiele gibt es dann dazu. Kommt nochmal drauf an. Freeze. Yeah. Okay, geht weiter. B wird gesichert. Der Feind nimmt Charlie ein. Bravo gesichert. Hatten wir C überhaupt? Der wird schon recht haben. Verbündete Drogen wieder bei uns. Ach du Kacke. Drogen abschießen. Damit die runterfallen und wir sie genießen können, wa? So. Schon alles hier groß hier. A wird gesichert. Der Feind nimmt Bravo ein. Wir haben B verloren. Jetzt verrat das doch nicht. Pyro, verrat das doch nicht hier. Dass es teurer wird. Und dann kommt wieder 19% fallen weg. Der Feind hat A. Ach. 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 den ersten Weihnachten nach dem zweiten Weihnachtstag. Ach. 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 Spürung. Michelle. Ich bin hinter dir. Ich war hinter dir. Ich bin nicht tot. B wird gesichert. Weiß ein gutes altes rpg. B wird gesichert. Ja ist klar. Es ist immer so mit Downloads dann. weil der download viel mehr priorität anscheinend hat viel mehr power dass der stream genau das glaube ich sogar im angebot der fallout kann es sein letzte tage letzten tage was die was ist das hier nein du sag ich dachte ich habe es gar nicht gecheckt das wort ein gegner ist hey alban merce für den follow du hörst mich liebe grüße aus münchen schicke ich dir wir verlieren hinter mir hinter mir ich habe es nur gesehen weil ich nur seine zeichen kennen ich habe das original im im schrank liegen das ist faul auf drei glaube ich falls es das ist feindliche ohne über uns wow 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 wir haben unser ziel verfehlt sentinel rückzug macht er nichts für ps3 oder also für playstation meistens final fantasy aber von fallout habe ich so ein riesen buch glaube ich das alles original noch eingepackt und so eine special edition schachtel irgendwie habe ich da im schrank liegen das ist so eine box weiß nicht genau ja und ich meinte eins und zwei verfolgen ich habe bei mir habe ich drei im schrank schau mal ob ich irgendwas neues habe hier hmmm hmmm erste kiste oder habe ich schon mal eine kiste geöffnet hier elite elite schreib mich halt an du sack bei 27 schlussrate höher handhabung besser beweglichkeit schlechter ich weiß ja nicht aber natürlich kannst du mitspielen add mich schnell und dann nächste runde lade ich dich ein was habe ich psn habe ich psn ja genau logisch kennst du gott vom hören sagen deutsche firma gemacht oder deutsche firma gemacht und sehr viele bugs beim release das ist mehr ein begriff mehr nicht ja die ist ja geil die bei 27 aber ist das mit dem langsame bewegen nicht zu krass naja wäre schon gut zu wissen welche fantasy richtig wenn du schon gottiker zu zählst sie haben eine habe ich habe ich habe ich habe ich habe ich jo bist du funky dingsbums funky beat oder nein semper christi servus ja ist bisschen überfordert die konsole grad mit freundschutz anfrage und spiel nicht ich komme nicht raus hier hätte ich nachher machen wollen jetzt 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 sind ja noch mehr leute ach so hier wir haben die führung übernommen wenn ihr den bogen von jäger geholt hast und er dich damit da gesehen hat hat wir verkürzt dich gekillt auch wenn er den bogen selbst hast gut dass das spiel nicht mehr läuft dieser text mit diego ist das von final fantasy da habe ich jetzt wieder der geht gar nicht mehr raus hier kann ich jetzt wieder da habe ich jetzt wieder ja scheiße auch mann ich wollte doch nur so ich hab doch schon längst wieder zurückgedrückt die grüße und ich weiß nicht ob ich wieder mit war anfangen sollen ja jetzt hatte ich noch ein mir keine nachricht schicken ich glaube ich einfach mal trotzdem vielleicht kannst du nachher die einladung annehmen nach der runde ich bin deswegen inaktivität in der fl-liste rausgeflogen so ne falsch finde die lego pc spiele um nicht gezockt das ist nichts für mich das ist nichts für mich lego ist nichts für mich lego art ja bastelartig oder wunderbar kurs hat heraus oder wie immer eine mehr können wir mal testen hier so lädt schon rein okay lädt schon rein wir arbeiten sie ihre cod karte um den titel zu zeigen nein mir wurscht es regnet yay hey pyro es gibt regen auf der ps3 oder doch nicht rausgeflogen ach so weil es gerade vorbei war mit der runde also geh ich sie keine mit ich muss gehen hollisterien mit der beinigung auf alle sagen keine werbung die 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 Vielen Dank.